Jo, was geht ab? Es ist euer Brojoker Toolulu aka The Fresh Prince of YouTube. Einige von euch haben gemerkt, dass es beim letzten Video ein Fehler war. Das ist der zweite Teil von dem Emoji-Battle mit meiner Schwester. Und natürlich könnt ihr wieder mitspielen. Es gibt wieder ein Toolulu-Quiz. Wie viele Emojis sind in diesem Video? Dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Und go. Das ist leicht. Ah, warte. Aber guck, schon wieder. Nee. Du hast schon wieder schlecht gemacht. Nee. So, aber ich weiß, was es ist. I got beans, greens, potatoes, tomatoes, land, handbooks, dogs. Aber guck mal, I got beans, greens ... Ja, mich hat so nicht mehr gekriegt. Du hast den Punkt. Ja, ich hab meinen Punkt, danke schön. Das ist böse. Boah, ey, das ist so gemein, was ich jetzt mit dir mache, ne? Uh. Deswegen, ich geb dir halt viele Informationen, weißt du? Ich hab dir auch viele Informationen gegeben. Nee, du machst dich eine Scheißinformation. Okay. Und ab jetzt. Girl, I scream, question, white, white, man, don't call ... Nee, erzähl, ich hab jetzt eine Nachricht, egal. Ähm, Girl, I scream, ist richtig, ja? Nein. I scream? Nein. I scream in the middle of a question ... Oh, okay, ich seh schon, du hast keine Chance. Du hast keine Chance, seh schon. Was ist denn jetzt das? Fünf, ja, nur so fünf Sekunden, versuch. Okay. Äh, Girl, I scream in ... Schluss. Ja. Das ist richtig böse. Guck drauf hin. Ähm, ähm, bist du bereit? Ähm, ähm. Das ist, das ist ein Mädchen, ne? Am Anfang, das ist eine Frau. Ja? Und ... Sie ... ... fragen mich, woher kommt das ganze weiße Zeug. Ich sag ihm nur, mon frère, mach kein Auge, bei mir bleibt ... Ski, ski, ski! So. So? Was auch? Guck mal. Warum ist der Joker da? Weißt du, was mon frère bedeutet? Auf Französisch? Joker. Mein Bruder. So. So, ich bin dein Bruder, deswegen hast du drauf kommen. Du musst über Ecken denken, Lorenzia. Über Ecken musst du denken! So, ja, wo bin ich wohl dabei? Weil mir rufgemut geht! Nimm deinen! Er hat es heute im Bus gemacht, ich hatte so ein Löffel. Und, go! Ihr braucht gar nicht hinzugucken, du weißt schon, was es ist. Naaah! Guck mal, ich chill sogar, ich chill sogar. Ich bin mir so sicher, dass ich sogar chill. So. Ja, sonst, wie geht's dir so, Lorenzian? Gut. Dir geht's dir gut? Ja, auf jeden Fall. Ich lass uns einfach mal die Zeit ablaufen, wir sind jetzt bei 18 Sekunden. Weil ich bin mir so sicher, dass ich einfach in der letzten Sekunde machen werde. So, ihr könnt ja versuchen mitzuraten, was es ist. Nein, nein. 5, 5, 6, also ich meine 3, 2, 1, ABC. Ich? Ich wusste, dass du falsch warst, dass ich hier... Ich wusste, dass er falsch war. Ha! Ist das falsch? Ja. Das ist aber richtig falsch, Junge, ja. Aber richtig hier, ne? Was ist das denn? Das ist ABC. Ah! Ey, ich wollte schon sagen, ey! Ich dachte, was? Es kann nichts anderes sein, okay. Ey, du darfst dich hier reden, das ist deine eigene Schuld, okay? Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Okay, und... Go! Fast, fast. Spaß war nicht fast. Mach weiter. Ja, das war's. Nein. Oh Mann. Deine Word tickt. Weiter. Äh. Girl broke my heart, girl broke my heart. Girl, I heard... 4... 5... 4... Warte, warte, warte. Girl broke my heart, girl you broke my... Und... Ciao. Was war das? Guck drauf. Du liebst mich nicht. Du liebst mich einfach nicht. Du liebst mich nicht. Und deshalb... Und deshalb... Und deshalb... Nö! Kaum, ey! Ich liebe die, holl ich! So, hast du den emotischen Bereich? Aber richtig. Aber richtig. Und... Go! Den kenn ich auch! Den kenn ich auch! Den kenn ich auch! Den kenn ich auch! Deswegen... Wieder hier kurz die Zeit ablaufen lassen, Lorenz! Ja, der ist... Ich bin der King! Ich bin der King! So. Ihr lasst wieder die Zeit ablaufen, weil ich weiß, was da oben ist. Auf jeden Fall. Und sie ärgert sich schon, weil sie weiß, dass ihr großer Bruder jetzt gewinnen wird. Aber danach geb ich dir auch ne Chance. Ja? Ich geb dir doch gar nicht aus. Ich geb dir doch gar nicht aus. Ich geb dir doch gar nicht aus, ne? So, 3, 2, 1... Hey, Mr. Policeman! I don't want no problem. I just wanna take a look down to the floor. Einige von euch kennen den Song vielleicht nicht, aber ich kenne den Song und ich weiß, dass den Song richtig oft hört. Deswegen hab ich diesen Punkt hier gemacht. Drei Punkte! Ja! Gib mal! Guck mal, ich geb dir jetzt einen vor. Wenn du den errätst, darfst du noch einmal. Ja. Also, wenn du jetzt zwei hintereinander errätst, hast du noch ne Chance. Ja. Einfacher geht's nicht, Lorenzia. Einfacher geht's nicht. Sag ich jetzt schon mal, okay? Go! Nee! Aber, 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 aber. Kennst du? Kein aber, aber. Weiß mal. Ach so, jetzt mal. Sie redet einfach von irgendwas, was du willst. Aber, 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 aber. Leute, das, 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 nicht mal einen Song. Aber, 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 aber. Nein. Und, nein. Okay. Kommt drauf. Von? Nee. Von? Harve, it's your mother? Nee! I am the one, not he, the tongue, no weed, no guy, no guy, no guy, just back up on the streets. Nein! Was? Songtext. Wie Songtext. Du kenn nicht, ich kenn, ich guck nie How I Met Your Dings. Aber du wusstest doch grad, was davon ist. Ich hab Tour in der Haaren gesagt. Ist doch egal, aber du kennst doch die Melodie. Du musst Neues ja nicht sagen. Nee, aber du kennst doch die Melodie. Nee. Natürlich. Kann ich nicht, muss jetzt Neues. Ich kenn das nicht. Du wirst mir sagen, du hast doch nie die Melodie gehört. Nein, hab ich nicht. Wir müssen's doch mal machen. Guck mal, ich weiß, ich weiß nicht, aber Lüge. Nee, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Emoji. Ja, das ist doch Emojis. Das ist doch Emojis. Das ist doch Emojis. Emojis ist doch Emojis. Ach, ja, bitte oder nicht? Egal, guck, weil du es willst. Weil du es willst. Mach dir hier die Film mit mir. Okay, pass auf. Bist du bereit? Und go. Super einfach. Super einfach. Frankreich. Film, Film. Was? Nein. Aber die Richtung ist schon mal ... Ja? Boy, girl. Französisch jetzt oder Englisch jetzt? Nö. Bisschen Tipps, nö. Junge Mädchen. Girl. Boy. Girl. Friends. Das ist gut. Sag schnell. Ich guck nicht drauf. Guck drauf, guck drauf. Weißt du, was das alles für Leute sind? Das alles? Das sind ... In Paris. Guck. 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 Okay, ich geb dir noch einen allerletzten. Einen allerallerletzten. Dankeschön. Wenn du das nächste nicht erredst, enttäuscht mich richtig. Dann muss ich einen DNA-Test machen. Guck mal. Guck mal. Dann muss ich echt DNA-Test machen. Und go. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ein Wort war richtig. Question? Sag schnell. Nein. Word. Nein. Ja, zwei Wörter waren richtig. Zwei Wörter waren richtig. Girl, word. Girl, gib mir die Word. Nein. Warte, ich sag, ey. 2, 1, 0. Ja, ein Tipp. Ich hab dir zwei Tipps gegeben. Einfach richtig. Sag ein Tipp nun, dann weiß ich ehrlich. Ja, ich hab dir einen Tipp gegeben, dass zwei Wörter davon richtig gewesen sind. Good work, good work. Ja, so, zu spät. Nee, ich bin verwandt. Zu spät, aber trotzdem. Aber egal, um wenigstens. Oh mein Gott, ich hab eins erraten. Wenn dir das Video gefallen hat, lass bitte einen Daumen hoch, teile dieses Video. Und hier sind die Gewinner vom letzten To-Dol-L-Quiz. Also von den letzten 2 Videos, die ich, glaub ich, gemacht habe. Schreib deine Lösung in die Kommentare. Vielleicht wirst du dann im nächsten Video mit dabei. Mein Name ist Jogga To-Dol-L-L-Aka The Freshman auf YouTube. Und wir sind Familie To-Dol-L-L-L-L.